ready sind beide ready sind go wunderbar so legen wir los so schauen wir noch haben da sind sie so die sind schon gelandet die zwei abyss da ist auf der einen seite hier vorne in blau und der timoling in rot äh quatsch der timoling so plötzlich in der harlock in rot ich hoffe ja heute abend ich hab extra die chance genommen weil letztes mal hat es ein bisschen länger gedauert dass es heute abend ein bisschen schneller geht weil wir ja ausgebucht sind außerdem ist ich denke leichte fights sind immer sehr sehr ich finde das mal schön action geladen so der eine der andere noch nicht gesehen einer versteckt sich auch nicht der abyss hat schon gefunden oh er hat jetzt schon böse einstecken müssen ich glaube der 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 7f war ohne jumpjets ne ist das richtig der hat jets ne die beiden so laufen als ob sie keine jumpjets hätten schon mal ganz lustig das ist aber auch die letzten mechs so die die gekommen sind irgendwie jetzt auch gestern was haltet der hier vom kampfschtitze oh einer tot ab ist weg 1 zu 0 für hardock der hardock einen punkt jawohl jawohl das ging schnell ja